Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bald kommt der schwarze Mann zu dir Mit dem kleinen Hackebeinchen Macht er schabe Fleisch aus dir, du bist raus Warte, warte, nur ein Weichen Bald kommt der schwarze Mann zu dir Mit dem kleinen Hackebeinchen Macht er schabe Fleisch aus dir Ihr solltet verfluchte Lied nicht singen, habe ich euch gesagt Könnt ihr denn nicht hören? Immer der verfluchte Lied Warte, 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 nur ein Weichen Bald kommt der schwarze Mann zu dir Ach nie, ist mir weg Ach, 50 Mal kannst du den Jörn verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen Die ganzen Nacht wurden sie denen in den Ohren Als ob man nicht schön genug von dem Mörder zu hören kriegte Nacht ist das Solange man sie singen hört Dann geht es mal weg Das Wasser noch da sind Naja Hast du wieder recht Flüschel Das ist un gaspies Das ist un gaspies Das ist ein gaspies zuer Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ist sie nicht mitgekommen? Nein, mit uns ist sie nicht mitgekommen. Fein! Dankeschön! Neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Ja, ja. Oh, ein Blick, Herr Gerke. Sehen Sie mal, Herr Gerke. Haben Sie Elsache nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade vor mir die Treppe rauf gelaufen? Nee. Sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. Herr Gerke. Elsie! Hey! Elfie! 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 Elfie Geben Sie mir die Tafeln! Geben Sie ruhig, Neus! Exos! Neue Tafeln! Neue Tafeln! Neue Tafeln! 10.000 Marks Belohnung. Nein, Gott, wird das so schön. Ist ja furchtbarlich. In Deutschland. Der soziale Doktor hat jeder lesen. Vorlesen, nach vorne. Vorlesen. Der unbekannte Möhrer. Lass doch lesen. Ruhe. Ich stausche, lass doch lesen. Der Schreckmunder Stadt hat ein neues Opfer gefordert. Lauter, nach vorne, versteht denn nicht. Aus bestimmten Anzeichen geht er vor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits acht Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Immer wieder muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es die heiligste Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters ist, mehr als je ihre Kinder vor der Gefahr, in der sie ständig schweben, zu warnen. Umso mehr, als es sich um eine Gefahr handelt, die sich ihnen wahrscheinlich in freundlichster Form nähert. Ein paar Süßigkeiten, ein Spielzeug, ein Apfel kann für Erlockung genug sein, um einem Kind zum Verhängnis zu werden. Die begreifliche Nervosität wird noch dadurch gesteigert, dass die Bemühungen der Kriminalpolizei des Mörders, hafhaft zu werden, bisher leider völlig erfolglot geblieben sind. Aber die Polizei steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, einen Täter zu fassen, der bisher auch nicht die geringste Spur hinterlassen hat. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein. Jawohl. Sehr richtig. Was kiegt er mich denn dabei so an? Na, wirst du schon wissen. Was soll ich wissen? Na, denk mal nach. Wird dir schon einfallen. Was willst du denn damit sagen? Dass ich dir auch schon mal gesehen habe, wie du hinter der Kleen aus dem vierten Stock der Treppe aufgehangen bist. Du bist mal verrückt, du Schweinskerl! Wer ist der Schweinskerl? Ich oder er, der Herr, die Kleen-Mächens-Jers? Saukerl, du! Du, du Hirn, du! Du Mörder! Du, ich, ich, wir, wir sprechen uns vor Gericht, du! Das spreche ich in der Sucht aus, mein Mann! Du, 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 du Verleumder, du! Du gemeiner Erbschneider! Ohne Verleumder! Ohne Erbschneider! So was lässt sich der Polizei ein! Hausdurchsuchung! Diese Sande, nein, diese Sande! So ein anonymen Wischlingleich Hausdurchsuchung! Herr Eger, nur beruhigen Sie sich doch endlich. Wir tun ja schließlich auch nur unsere Pflicht. Wenn man schon selber keine ruhige Minute mehr hat, lauter Angst um die Kinder. Na, sehen Sie! Gerade darum muss die Polizei doch hier noch so eine kleine Spur verfolgen. Jeder Mensch auf der Straße kann der Täter sein. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, mein Kind. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Was zieht denn der Zieh an, wo das Kind wohnt? Wie? Bitte? Was wollen Sie denn von den Kleinen? Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich muss doch gleich sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich doch los! Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Was ist los hier? Eine Unverschämtheit. Was will denn der Brille nach Hause? Habt ihr mal nicht so. Geht's Kinderhandswatschen? Hau doch eh zu den Schnauzen, was haben wir hier gesagt. Sag doch noch, kennst du die an? Aber bitte lassen Sie mich doch los. Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen. Haben wir die Träte was retten wollen, was? Ja, und den Unruhigen wie die anderen, was? Ja, ist es doch der Mörder. Hey, der Mörder. Halt mich jetzt nicht. Ruf doch die Polizei. Natürlich wieder kein Zubel hier. Herr Wachmöchter! Herr Wachmöchter! Herr Wachmöchter! Herr Wachmöchter! Platz machen, meine Herrschaften. Den Eingang frei machen. Mit zehn Tassen sie festnehmen. Das können wir. Weiter können wir nicht. Fang doch lieber den Kindermörder. Was? Der Kindermörder? Kindermörder? Darf ich den Kindermörder? Weitergehen. Nicht dem nennen. Weitergehen. Was ist der Wachmöchter? Halt mich doch. Halt mich doch. Halt mich doch. Halt mich doch. Das ist ein Skandal, sondern gleich. Was glauben Sie, Herr Polizeipräsident, was eine solche Notiz für einen Eindruck auf die Öffentlichkeit machen wird? So etwas ist einfach unverantwortlich. Herr Minister, wir können dem Mörder nicht verbieten, Briefe zu schreiben, an wen er will. Wahrscheinlich empfindet der schwer pathologische Mann eine große Genugtuung dabei, seine Taten in den Zeitungen geschildert zu sehen. Wir haben uns sofort mit der Redaktion in Verbindung gesetzt und uns das Original des Briefes aushändigen lassen. Es wird bereits vom Erkennungsdienst bearbeitet. Selbstverständlich ist es beinahe ausgeschlossen, auf einem Blatt Papier, das durch so viel Hände gegangen ist, noch irgendeinen brauchbaren Fingerabdruck festzustellen. Trotzdem wird auch hier nichts unversucht gelassen, um durch eingehendste Vergleiche mit unseren Karteien vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns der Lösung des Problems näher bringt. Anschließend geht der Brief direkt zur graphologischen Begutachtung. Der oben erwähnte Rautenzug oder Schwellzug, Klammer, am deutlichsten in den Worten bald, dritte Zeile von unten, Klammer zu, haben Sie? Ja. Registriert die pathologisch starke Sexualität dieses Triebmenschen. Punkt. Die zerbrochene Schreibart mancher anderer Buchstaben ist in ihrer zeichnerischen Weise ein Ausdruck von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz, ja der Trägheit wählen kann. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Ja, 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 Herr Präsident, gewiss, ich bezweifle durchaus nicht, dass Sie Ihre Pflicht tun, Ihre Beamten auch, gewiss, aber das Resultat bitte, das Resultat! Herr Minister, meine Leute haben in der Woche keine zwölf Stunden Schlaf mehr. Die Mannschaften vom Überfallkommando kommen nie mehr richtig zur Ruhe. Und wenn sie den Dienst antreten, sind sie beinahe noch müder, als wenn sie abgelöst werden. Denn dieser Dienst ist ja nichts als eine nervenfressende Kleinarbeit, die zu 80, ja 90 Prozent aus Misserfolgen besteht. Die Beamten der Mordkommission kommen nicht mehr aus den Kleidern heraus, leben beständig auf dem Kiviv, ständig in der Hochspannung der Alarmbereitschaft. Sie stehen ununterbrochen auf dem Sprung, jede, aber auch die geringste Spur aufzunehmen. Denn möglicherweise kann ja gerade Sie zum Ziele führen. Wir denken, Herr Minister, allein die Arbeit am Tatort, da wird zum Beispiel hinter einem Zaun in einem Gebüsch eine kleine, weiße, zerknüllte Papiertüte gefunden. Anscheinend war sie früher mit billigem Konfekt gefüllt. In der äußersten Ecke finden sich noch winzige Splitterchen von Fruchtbonbons und einige Körnchen von bunten Streuzucker. Wir haben in einem Umkreis von zwei Kilometern, in jeder Konditorei, in jedem kleinsten Kolonialwarengeschäft nach dem Ursprung dieser Tüte geforscht. Umsonst, umsonst, mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Aber natürlich kann sich niemand nach so langer Zeit an irgendetwas erinnern, das eine verfolgbare Spur ergeben könnte. Trotz aller dieser negativen Resultate sind wir gezwungen, weiter zu forschen, weiter zu eruieren, immer ins Ungewisse hinein. Wir werden zunächst ohne Aussicht auf einen wirklichen Erfolg, der uns dem Ziele auch nur um einen Schritt näher bringen könnte. Unsere Leute setzen, was nützt mir das alles? Herr Polizeipräsident, dass Sie nicht faulenzen, das weiß ich. Aber damit schaffen wir die Tatsache nicht aus der Welt, dass ein unbekannter Mörder viereinhalb Millionen Menschen terrorisiert. Und dass die Polizei versagt. Herr Minister, scheinen doch nicht die rechte Vorstellung von den ungeheuren Schwierigkeiten zu haben, mit denen die Kriminalpolizei zu kämpfen hat. Ist Ihnen bekannt, dass zum Beispiel über den Heimweg, den das vermisste Kind genommen haben soll, allein 15 gänzlich verschiedene Zeugenaussagen bestehen? Ich werde Ihnen ein x-beliebiges Beispiel herausgreifen. Bitte, Zeugenvernehmung Nummer 1478, Mordsache Beckmann. Sie haben keine Ahnung, mehr wie Sie, Herr. Aber meine Herren, meine Herren, Sie müssen doch wenigstens wissen, welche Farbe die Mütze von dem kleinen Mädchen hatte, das Sie heute Mittag mit dem Unbekannten gesehen haben wollen. Natürlich, Herr Kommissar, die Mütze war rot. Herr Kommissar, die Mütze war grün. Die Mütze war rot. Die Mütze war grün. Rot. Grün. Rot. Grün. Rot. Grün. Rot. Grün. Also Schluss, Schluss, Schluss. Hat ja keinen Zweck. Ich danke Ihnen, meine Herren. Bitte. Der Nächste, bitte. Ja. Wenn Sie sich mit einem Farbenblinden einlassen, Herr Kommissar, da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie pleite machen. Die Polizei hat auf der Suche nach dem unbekannten Mörder bisher mehr als 1500 detaillierte Spuren verfolgt. Das gesamte Aktenmaterial füllt 60 dicke Bände. Wir haben sämtliche Leute eingesetzt, um das Gelände rings um die Stadt planmäßig abzustreifen. Jedes Gestrüpp wird durchsucht, jedes Dickicht durchstöbert, jede Schonung abgetastet. Denn hinter jedem Busch, in jeder Kuhle kann ein Gegenstand verborgen sein, der uns endlich Material zur Aufnahme der richtigen Spur liefert. Wir haben Polizeihunde aufgeboten. Die besten Spüre sind auf die schwachen Pferden angesetzt worden. Aber sie haben die Spuren verloren und trotz aller Anstrengungen nicht wiedergefunden. Seit Hauchen des Mörders hat die Polizei Nacht für Nacht die Obdachlosenasyle kontrolliert und die Insassen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Selbstverständlich erhöht dieses Verfahren weder die Beliebtheit der Polizei, noch mindert es die Nervosität der Bevölkerung. Die Überwachung der Bahnhöfe wird ununterbrochen aufrechterhalten. Trotzdem haben die Nachforschungen bis jetzt nicht das geringste Resultat gezeichnet, ebenso wenig wie die allnächtlichen Razzien in den Verbrecherfürstern. COSCHANA 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hosse in Blutwurst Friedeibel stinkt der Käse gut Schwarz seid ihr, ihr Luders Mensch, schnarch nicht so, du wächst leise Einschränk' Jueilf, vier, sechs, acht, zehn, twelve, sechs, 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 warte, vier, sechs, warte, varte, 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 varte. Butterstuhl, lustlos, schwarzer Freitag im Braten. So, jetzt kommen die Höfe dran. Ja, von 1 bis 88. Der Nächste. Du hast alle Höfe in der Hauptstraße von Nummer 1 bis 88. Gut. Was kommt jetzt? Hauptstraße 89 bis 196. Hauptstraße 89 bis 196. Mitgliedsnummer? 375. Emil Duskermann. 375. Duskermann. Emil. Na, Emil. Vielleicht verdienst du dir die 15 Millionen. Unberufen. Toi, toi. Holz anfassen. Bockги. ... ... ... ... ... Ich sage den Herrschaften meinen herzlichsten Dank. Dankeschön. Dankeschön. Idiot. Herr Kommissar, hier sind die angeforderten Krankenberichte, die in den letzten fünf Jahren als gesund oder harmlos entlassenen aus den Landes- und Privatwährenanstalten, sowie der städtischen Krankenhäuser und Nervenheilanstalten. Und hier die derzeitigen Adressen der Betreffenden. Dankeschön. Guten Tag. Wohnt bei Ihnen ein Herr Beckert? Bitte schön. Wohnt bei Ihnen ein Herr Beckert? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Ich bin etwas schwerhörig. Habe ich noch gar nicht gemerkt. Ob bei Ihnen ein Herr Beckert wohnt? Herr Beckert, ja wohl. Ja, ja. Herr Beckert, der wohnt bei mir. Leider ist er gerade weggegangen. So. Ich hätte aber gerne mal mit Ihnen gesprochen. Ich komme nämlich vom Finanzamt. Vom Finanzamt, ja. Ja, du lieber Gott. Wenn Sie vielleicht, wenn Sie vielleicht hier auf ihn warten wollen. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön. Wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen, bitteschön. Danke sehr. Bitteschön. Wenn Sie vielleicht etwas lesen wollen, bitteschön. Danke. Sehr freundlich. Bitteschön. Ach, sagen Sie mal, Frau Wiedler. Ja. Ist Herr Beckert auch auf eine Zeitung abonniert? Herr Beckert? Nein. Der leitet sich immer meine aus. So. Na, danke schön. Ja. Dann bitte. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach Mutti, ich bin dir entgegengelaufen. Aber Kind, das sollst du doch nicht. Du weißt doch warum. Guten Tag, der Herr wünschen. Kaffee. Bitte. Nein. Einen Wermut. Nein, Cognac. 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 Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Bei Cognac, 1,65 bitte. Danke sehr. Nummer 24, Beckert. Städtischer Kurier wird nicht gehalten. Tisch, Mahagoni poliert mit Flüssdecke. Kein Rotstift, auch keine Spuren davon, überhaupt kein Schreibmaterial. Im Papierkorb Drucksache, Zigarrenreklame, bunte Ansichtskarte, Blumenstrauß, herzlichen Gruß, Paul. Sonst kein Absender. Leere Zigarettenschachtel, Marke Ariston, Tüte mit Süßigkeiten, halb leer, ohne Firmenauftrag. Halt, halt! Moment mal. Ariston? Ariston? Was war da noch gleich? Ariston? Ich möchte die Akten, Mordsache Marga Perl haben. Dankeschön. Das war doch. Das war doch. Das war doch. Das war doch. Was hast du denn? Na hör doch mal, da freut doch einer. Hilf dir denn nicht? Ja. Jetzt ist er still. Hast du den Mann gesehen, der ihn gepuppen hat? Ja, ich sehe ihn noch. Heinrich, es spricht ein Kind an. Kleines Mädchen. Er geht mit ihr die Straße entlang. Wir laufen doch nach und lassen nicht mehr aus den Augen. Warum? An dem Tag, wo die kleine Elsie Beckmann ermordet worden ist, da hat ein Mann bei mir Luftballon gekauft und der Mann hat ein kleines Mädchen bei sich gehabt und der Mann hat genauso gepiffen, wie der da drüben. Ja. 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 Aber... Donnerwetter! Das Fensterbrett! Kim... Moment mal... Holstift! Herrgott, endlich! Also, endlich sind wir auf seiner Spur! Ja! Ja! Was? Sind wir auf der Spur? Ja! Haben Sie das nicht? Haben Sie das nicht entdeckt? Die Bettler haben den Entdeck! Was ist das Mädchen auf der Straße? Am Pfeifen hat man ihn erkannt! Seid doch mal ruhig! Was hast du gesagt? Sie folgen dem Zeichen! Sie lassen ihn keinen Moment aus den Augen! Sie beschatten ihn auf Schritt und Tritt! Ja! 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 Auge! Was denn? Du hast dich ja ganz weiß gemacht. Wo denn? Da, auf der Schulter! Komm, ich wirf dir's weg! Du, was hast du denn? Komm, wir gehen weg! Schau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er muss aber unbedingt noch drin sein, denn er war bestimmt nicht unter den Leuten, die das Haus bei Büroslos verlassen haben. So. Ja. Hm? Ja. Na, einen Augenblick mal. Die Bettler haben Unterstützung herbeigeholt und das ganze Haus umstellt. Sie behaupten, dass der Kerl sich im Hause versteckt hat. Hm. Was ist das für ein Haus? Was ist das eigentlich für ein Haus? Ausgesprochenes Bürohaus. Was im Keller ist, weiß ich nicht. Hochparterre ist eine Filiale der städtischen Sparkasse. Vom ersten Stock bis zum fünften sind lauter Büros und darüber ist der Boden. Das ist doch unglaublich. Ist da noch jemand? Hallo? 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 Ist da noch jemand? Ja, das ist doch Mann. Ist da noch jemand? Bummelei, aber witzige Schweinerei zu einer dämigen Tür. Ja, aha, scheint also wirklich, dass der Kerl feststeckt. Ich halte es für das Beste, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen. Sehr richtig. Gut, aber gut, also hör mal. Hallo, bleib mal im Augenblick am Apparat, ja? Und ruf gleich wieder an. Ihr seid wohl verrückt, was? Die Polizei? Nee, den holen wir uns selber. Ja, pass mal auf, jetzt ist es, ne? Acht Uhr. Also, neun, zehn, um elf. Guten Abend. Wissen Sie, dass Ihre Tür nicht abgeschlossen ist? Na nun, ist doch nicht möglich. Ich hab doch selber... Aber es ist doch... Sofort aufmachen und kein Laut. Na, wirts, vorwärts. Los, vorwärts. Wie viele Wächter sind außer Ihnen hier im Haus? Ach, Sie wollen nicht antworten, nein? Schön. Amen. 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 Im Haus sind noch zwei Wächter auf Kontrollgang. Im Haus sind noch zwei Wächter. 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 Im Vorderkeller ist er nicht. Die haben alles durchschwürzt und nichts gefunden. Fried- und Wanderaujus durchsuchen noch die Heizanlagen. Altmann! Das ist der Letzter. Das ist der Plan zu Ihrer Bedienung. Und wenn die nicht auf die Minute genau gestochen werden, gibt's automatisch Alarm auf der nächsten Polizeiwache. Verstehst du? Aha! So. Hast du das kapiert? Na, hör mal, ich bin doch keine Dussel. Na. In der Heizung und im Kohlenkeller ist er bestimmt auch nicht. So. Den ganzen Koks haben wir durcheinander geschmissen. Hallo! Du bist voll Blödsinnig geworden, was? Und wenn die Türen gesichert sind, hä, was dann? Wollt er fünf Minuten die Polizei auf dem Hals haben? Ja, wir müssen doch hier rein, wenn er ganz raus systematisch durchsucht werden soll. Aber doch nicht durch die Tür, du Idiot. Durchs Büro im ersten Stock. Und geh durch die Decke. Nichts. So. Ab dafür. Nichts. 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 Was ist los? Hallo! Hallo, was hast du denn? Hallo, hau her! Was muss er doch mit dir? Was ist denn? Ich hab doch Gott nicht gehört! Ich hab doch mit dir gedacht! Wo lobst du denn hin? Wo ist doch nicht so! Wo ist denn da drin? Hier! 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 Doch, na... Was ist denn da drin? Schuster Schreckung! Auf dem Boden! Auf dem Boden, Lisa! Ich hab deutlich was Klopfen hören! Auf dem Boden! Auf dem Boden! Auf dem Boden! Auf dem Boden! R каждum! Sperr! Vielen Dank. Vorwärts. Er muss hier drin sein. Hier ist er nicht scheitert. Die Verschläge aufbrechen. Vorwärts. So, aus. Hallo. Ich hab den Kerl entdeckt. Auf dem Boden steckt er. Ja, ich hab was klopfen gehören. Will gleich zum Schwenker gelaufen. Ja, ich von oben mit acht anderen. Jetzt werden sie ihn gleich haben, sagt er. Ich bin bloß um hier runtergelaufen, um dir zu sagen, was los ist. Wenn ich nichts noch aufgepasst hätte, stundelang hätte man auch suchen können. Ja, wäsch doch! 3, 1, 4, 314. 314. 414. Raus! Raus! Was? Wie soll denn? In fünf Minuten ist die Polizei immer raus. Ist ja vorwiegend, mein Mann. Wo schon durch ist die Polizei hier? Der Wächter hat da alarmiert. Nur mal raus! Halt! Ruhe! Fünf Minuten ist noch Zeit. Sechs Verschläge noch zu öffnen. Weiter suchen. Rann hier. Los! Feuer, komm! Abwech da, was soll das denn? Hier sollte ich weiter nichts führen. Los, los, schneller! Das ist er auch nicht. Also weiter, weiter, weiter nichts führen. Schnell, wir haben nur noch drei Minuten Zeit. Los, weiter! Hier ist kein Schossrad! Hier ist er drin! Pass er nicht abgeschossen! Mach doch auf! Geht nicht, steck ihm was mit dir! Lasst mich da noch ran! Eilt euch! Noch eine Minute! Da! Da ist er! Da steckt er, der Hund! Los, los, los! Vorwärts! Alles weg! Los! Acht schon, dass ihr rauskommt! Vorwärts! Endlich! Himmel, Herrgott-Sakrament, noch einmal! Dank! Gut! Wo bleiben denn die anderen? Sind doch oben, kommst du da, ich hier auch oben bleiben, was? Bitte noch ohne, Gerl! Ganz gleich, haut ab! Bleiben, du, los! Gott, noch einmal! Halt! Bo bleiben denn hier! Ja! Jo,ления! Du, los evangeliet. Nicht, bitte, Isa. Demonstration! grows mocido! Ja! Die Oste ist da nicht. Hallo, hey. Warum habt ihr mir die Strickleiter hochgenommen? Hey, warum habt ihr den Strickleiter hochgezogen? Idioten. Was denn du? Hände hoch! Wie kann ich denn die Hände hochheben? Guck auf der Strickleiter stehe. Raus! Und dabei bin ich diesmal wirklich unschuldig. Wie ein neugeborenes Kind. Das Lachen, Franz. Aber... Ich glaub dir aufs Wort. Ich glaub dir aufs Wort, Franz. Er hat's vorausgesetzt, dass du mir sagen kannst, wer der Mann ist, den er im Haus gesucht und gefunden hat. Ich versteh's nicht, Herr Kommissar. Ich weiß von nichts, Herr Kommissar. Er muss ein falscher Irrtum sein. Ich weiß von nichts. Nicht das Geringste. Natürlich. Natürlich. Nur eins vergreif ich nicht, dass du die Bande deckst, die dich in die Tinde geritten hat. Feine Kollegen, dass die Türmen, wenn's brenzlig wird und dich im Dreck sitzen lassen, Franz. Ruhi, Teufel. Die Tür verfängt bei mir nicht, Herr Kommissar. Die Tür verfängt bei mir nicht, Herr Kommissar. Was kann mir schon passieren? Risken Sachbeschädigung. Na schön. Geklaut worden ist nicht... Geklaut worden ist ja, mein Lieber. Und nicht zu knapp. Was? Geklaut? Wie viel denn? Erzähl du mir was? Dann erzähl ich dir was. Ich hab's schon gesagt. Ich weiß von nichts. Na schön. Dann denk mal ein bisschen nach, Franz. Wenn man sich so zwei bis drei Stunden selbst überlassen ist, fällt einem manchmal allerhand ein. Woran man sich vorher absolut nicht erinnern konnte, nicht? Abhören. Lass uns mal an den Wächter reinkommen. Wächter da mal was. Bitte setzen Sie sich. Also, Sie haben zu Protokoll gegeben. Bitte hören Sie gut zu. Sie werden es nachher eventuell zu beeilen haben. Also, woanders mal... Sie haben deutlich gehört, wie einer der Einbräucher zu dem Burschen, der Sie bewachen sollte, sagte, wir haben ihn, ich hab den Kerl entdeckt, auf dem Boden steckt er. Stimmt das? Jawohl, Herr Kommissar. Jawohl, Herr Kommissar. Das kann ich jederzeit beschweren. Schön. Dann gehen Sie mal vollendlich nach Hause und erholen sich von Ihrem Schreck. Aber halten Sie sich bitte zur Verfügung der Polizei. Jawohl, Herr Kommissar. Oh, moin, Herr Kommissar. Moin, moin. Sagen Sie mal, ist Kommissar Lohmann im Hause? Ach so, er spricht gerade. Nein, 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 ist nicht nötig, danke schön. Ich, äh, ich komme selbst da rüber. Was? So. Noch nicht nach Hause gekommen. Nein. Habt ihr auch auf die Olle, auf die Winkler aufgepasst. Rein. Rein! Verstehe ich. Komm nur rein. Also hört mal, Herr Block ist noch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Also, weiter warten. Wenn es was Neues gibt, ich bleibe hier im Präsidium. Was willst du denn? Ich möchte dich um meine, äh, meine Gefälligkeit bitten. Ach, wenn du in die Uhr gehst, das mal wieder. Ich möchte dich bitten. Na, liest du mal das erst durch. Ja, einbruch in ein Bürohaus. Benno-Straße? So eine ganz ordentliche Gegend. Keinnt mir doch nicht so ganz ordentlich zu sein. Das wird ernsthaft. Na, was denn? Wollen die das ganze Haus ausräumen? Nun, was haben die denn mit einem Manken Koks gesucht? Ist ja doll. Ist ja nicht zu glauben. Na, sowas? Das ist ja ein Stück aus dem Tollhaus. Ach so. Auf die Sparkasse hatten sie es abgesehen. Gott, steh mir bei. Was soll denn das heißen? Also, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Nicht mal angeknabbert haben sie die Dinger? Das muss ja eine Herde von Idioten gewesen sein. Na, na, Ritter noch mal. Na, ist das ein Ding? Nicht gestohlen, aber ein Mensch verschleppt. Gott weiß wohin. Toll. Und der Franz hält's Maul. Hat natürlich Angst. Na, den Jungen kenn ich. Er gehört zu der Sorte Einbrecher, die lieber aus dem fünften Stock springen, als in eine Mordsache verwickelt werden. Wenn wir den von der Seite packen könnten. Roman, wenn du mir dabei helfen wolltest. Na, dann werden wir uns den Franz mal kommen lassen. Zum Verhör. Na, nun. Vier Mann hoch. Was soll denn das heißen? Verwärts. Ja. Mordbereitschaftsdienst, Leiter Kommissar Karl Lohmann? Ja, was hab ich denn mit Ihnen? Ja, was hab ich denn mit der Mordkommission zu tun? Ja, mein Junge. Die Sache ist jetzt mir übertragen worden. Ja. Aber wieso denn? Warum denn? Ihr habt eure Arbeit um ein paar gerade zu gut gemacht. Ja. Der eine Wächter. Du? Beihilfe zum Mord. Das ist eine hässliche Sache, Franz. Herr Kommissar, da mach ich nicht mehr mit. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich sag jetzt alles. Alles, was ich weiß. Sehr vernünftig, aber leider zu spät. Herr Kommissar, das kann doch nicht zu spät sein, Herr Kommissar. Es darf nicht zu spät sein. Ich will dir alles sagen. Alles. Auch, was wir in einem verdammten Haus da gesucht haben. Na? Ein Kindermörder. Was? Wem? Den Kindermörder, Herr Kommissar. Augenblick. Und dann muss mir passieren. Ausgerechnet mir muss das passieren. Jetzt setz dich mal da her, mein Junge. So. Jetzt wollen wir mal Tachlis miteinander reden. Verstanden? Jawohl, Herr Kommissar. Und gnade dir Gott, wenn du mich anschwindelst. Also los. Was habt ihr mit dem Mörder zu tun? Und wohin ist der Mann verschleppt worden? Also, Herr Kommissar, Sie kennen doch die alte Schnapsfabrik von Kunz und Levi. Die in der Inflation Pleite gemacht haben. Jawohl. Und seit der Zeit steht das Ding nun leer und es kümmert sich kein Mensch mehr darum. Auf. 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 Was haben ihr euch nicht gekannt? Meine Lohsachen, meine Hunde! Lass, du schreit! Was schreit? Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir? Hilfe! Hilfe! Lass mich nur raus! Lass mich nur raus! Ich will ihn raus! Lass mich nur raus! Hier kommst du nicht mehr raus! Aber meine Herren, ich bitte Sie! Lass mich nur raus! 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 Ja, ich bin nicht mehr! Wir haben kein Recht, mich schon zu werden! Wir haben kein Recht, mit dir fest zu halten! Recht! Entferner mit dich gibt's nur ein Recht! Totschlagen! Totschlagen, jawohl! Totschlagen mit seinen Hunden! Halt machen die Hunden! Totschlagen mit seinen Hunden! Du hast da was von Recht gesprochen! Wir sollen Recht werden! Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen! Von sechs Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg! Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird! Du bekommst sogar einen Verteidiger! Geht alles nach Recht und Ordnung! Verteidiger! Verteidiger! Ich brauch keinen Verteidiger! Wer will mich denn anklagen? Ihr vielleicht! Ihr! Sie! Ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr! Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten! Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren! Aber ich fürchte, dass Sie nicht viel nützen würden! Ja, wollt Ihr mich denn umbringen? Wollt Ihr mich denn einfach tot machen? Wir wollen Dich unschädlich machen! Das wollen wir! Und ganz sicher unschädlich bist Du nur, wenn Du tot bist! Aber Ihr könnt doch nicht einen nackten Mord an mir begehen! Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor ein arbeitsliches Gericht stellt! Der ist richtig! Der ist richtig! Das könnt Ihr so packen, mein Junge! Ausgerechnet! Damit Du Dich auf den Paragraf 51 berufst! Jawohl! Der ist mit der Fröhung auf die kleinen Kinder los! Benni! Davon wollen wir nicht mehr wissen! Jawohl! Du musst unschädlich gemacht werden! Du musst weg! Aber ich kann doch nichts dafür! Ich kann doch... Ich kann doch nichts dafür! Das kennen wir! Vor Ihr Gericht kennen wir alle nicht dafür! Was weißt denn Du? Was redest denn Du? Was redest denn Du? Was redest denn Du? Wer bist Du denn überhaupt? Wer seid Ihr denn? Alle miteinander! Verbrecher! Bildet Euch womöglich noch was ein drauf! Weil Ihr Geldschränke knacken könnt! Oder Fassaden klettern! Oder Karten zinken! Lauter Sachen denke ich mir! Die Ihr gerade so gut lassen könntet! Wenn Ihr was ordentliches gelernt hättet! Oder wenn Ihr arbeitet! Oder wenn Ihr nicht so faule Schweine wärt! Aber ich! Kann ich denn? Kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer! Die Stimme! Die Qual! Du willst also damit sagen, dass Du morden musst! Immer! Immer! Immer muss ich durch Straßen gehen! Und immer spüre ich! Da ist einer hinter mir her! Das bin ich selber! Und verfolgt mich! Lautlos! Aber ich höre es doch! Ja! Manchmal ist mir! Als ob ich selber hinter mir her liefe! Ich will davon! Von mir selber davon laufen! Aber ich kann nicht! Kann mir nicht entkommen! Muss! Muss den Weg gehen, den es mich jagt! Muss rennen! Rennen! Endlose Straßen! Ich will weg! Ich will weg! Und mit mir rennen die Gespenster von Müttern und Kindern die gehen nie mehr weg! Die sind immer da! Immer! 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 Nur nicht, wenn ich's tue! Dann weiß ich von nichts mehr! Dann... Dann steh ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe! Und lese und lese! Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts! Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht! Wie es schreit und brüllt bei ihnen! Wie ich tun muss! Will nicht! Muss! Will nicht! Muss! Und dann schreit eine Stimme! Und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann! Das heißt also, dass er morden muss! Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen! Bravo! 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 Das Wort hat euer Verteidiger. Mein sehr geschätzter Vorredner, der... Wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in drei Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher. ...hat behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handelt, spreche ihm das Todeshof... Ja, muss das dann auch! Stimmt! Wer irrt sich? Gerade in das Moment des Zwangs spricht mein Klienten frei. Du halber Atmensch! Das ist mal verrückt, du besoffenes Kaffee! Gerade in das Moment des Zwangs enthebt den Angeklagten von der Verantwortung für sein Tun. Und wer etwas, wofür er nicht verantwortlich zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen. Das ist ja lächerlich! Können Sie vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen soll? Dass am Leben bleiben soll! Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist. Und einen kranken Menschen übergibt man nicht dem Henker, den übergibt man dem Arzt. Willst du die Garantie für seine Heilung übernehmen? Wofür baut der Staat seine Ehrenhäuser? Und was geschieht, wenn ein Haus bricht aus dem Ehrenhaus? Ja, oder als der Heil entlassen wird und eine schönen Tagesfänger das Morden müssen wieder von vorne an? Wieder monatelange Hetzjagd, wieder Paragraph 51, wieder ihren Haus, wieder ausbrechen oder entlassen werden und wieder morden müssen. Und das geht ja nicht in alle Ähnlichkeit so weiter? Einen Menschen zu töten, der für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht. Auch nicht der Staat und Sie schon gar nicht. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch uns schädlich gemacht wird, dass er aufhört, für seine Mitkämpfchen eine Gefahr zu sein. Du hast keine Kinder gehabt, nicht? Na also, da hast du aber noch kein Verloren. Na ja, gerade, Kopfdunkel. Wenn du aber wissen willst, wie das ist, wenn einem so ein Kindchen genommen wird, denn vorn war der Eltern, denen der da ihre Kinder genommen hat. Rase mal nach den Tagen und Nächten, wo sie nicht wussten, was los war, und denen später, wo sie endlich wussten, was los war. Fahre doch den Mütter! Äh, das ist sie! Den Mütter sollst du fragen! Ja, die Mütter! Na ja, hast du denn, hätte von der Müttergnade für den Mörder ihrer Kinder erlangen müssen? Die Frau hat Recht aufzurechnen. Keine Gnade für den Mörder! Keine Gnade! Nieder mit der Mörder! Sag den Tod besonnen! Abgehen, die Bestie! Totschland! Bringt das Ero an! Tod vom Brille! Fortschland! Totschland! Lass mit ihm! Trinkt sie um die Bestie! Totschland! 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 Der Mütter sollst du fragen! Ich werde nicht dulden, dass in meiner Gegenwart ein Mord begangen wird. Ich verlange, dass diesem Menschen... Das ist ja kein Mensch! ...dass diesem Menschen der Schutz des Gesetzes zuteilen wird, auf den auch der Verbrecher Anspruch hat. Auf werden wir! Ich verreihe, dass dieser Mann der Polizei übergeben wird! Auf der richten Polizei! Schließe! 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 Im Namen des Gesetzes. Im Namen des Volkes. Davon werden unsere Kinder auch nicht wieder lebendig. Man muss eben noch besser auf die Kinder Acht geben. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elbe Beckmann! Wie heißt du denn? Ist Elze nicht mitgekommen? Nee, mit uns ist Elze nicht mitgekommen. Wie heißt du denn? Danke schön! Neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Na ja. Oh, ein Blick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke. Haben Sie Elze nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade vor mir die Treppe rauf gelaufen? Nee. Sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. 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 Andy! Schwarzsee, Schwarzsee, nur ein Weilchen, weil Kommt der Schwarzseemann zu dir Mit dem kleinen Hackebeinchen Macht er Schabelfleisch aus dir Du bist raus Schwarzsee, Schwarzsee, nur ein Weilchen, weil Kommt der Schwarzseemann zu dir Mit dem kleinen Hackebeinchen Macht er Schabelfleisch aus dir Ihr solltet verfluchte Lied nicht singen, hab ich euch gesagt Könnt ihr denn nicht hören? Immer der verfluchte Liede Wach, Tee, Wach, Tee, nur ein Weilchen, weil Kommt der Schwarzsee an! Kommt der Schwarzseemann Kommt der Schwarzseemann Kommt der Schwarzseemann Ach, fünfzigmal kannst du dir Herrn verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag wohnen sie dir in den Ohren. Als ob man nicht schon die Lucht von dem Mörder zu hören kriegt. Mach das doch. Solange man sie singen hört, dann redet man wenigstens Krasa Nostrasis. Naja, hast du wieder recht. 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 Extrasgabe! 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 Oh, der Morgen! Meine Köln, die Fächsung! Exter, aufgabe! 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 10.000 Mark Belohnung! Ein Gott, wie das so schön ist! Ich habe vollständig! In Deutschland, aufgabe! Der soziale Doktor in Athenalesi! Vorlesen, der Vater! Vorlesen! Der unbekannte Möhr! Der Steutsche, dass du fließt! Der Schrecken unserer Stadt hat ein neues Opfer gefordert. Lauter davor, man versteht ja nicht. Aus bestimmten Anzeichen geht er vor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits acht Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Immer wieder muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es die heiligste Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters ist, mehr als je ihre Kinder vor der Gefahr, in der sie ständig schweben, zu warnen. Umso mehr, als es sich um eine Gefahr handelt, die sich ihnen wahrscheinlich in freundlichster Form nähert. Ein paar Süßigkeiten, ein Spielzeug, ein Apfel kann für Erlockung genug sein, um einem Kind zum Verhängnis zu werden. Die begreifliche Nervosität wird noch dadurch gesteigert, dass die Bemühungen der Kriminalpolizei des Mörders hafhaft zu werden, bisher leider völlig erfolglos geblieben sind. Aber die Polizei steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, einen Täter zu fassen, der bisher auch nicht die geringste Spur hinterlassen hat. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein. Jawohl! Sehr richtig. Was kiegt er mich denn dabei so an? Noch? Wirst du schon wissen. Was soll ich wissen? Na, denk mal nach. Wird dir schon einfallen. Was willst du denn damit sagen? Dass ich dir auch schon mal gesehen habe, wie du hinter der Kleen aus dem vierten Stock der Treppe auf die Jangen bist. Du bist mal verrückt, du Schweinskerl! Wer ist der Schweinskerl? Ich oder er, der Herr, die Kleen, mädchen Sie es! Saukerl, du! Du, du Hörb, du! Du Mörder! Oh, meine Herr! Oh, meine Herr! Du, ich! Wir stehen, wir! Wir sprechen uns vor Gericht, du! Wir sprechen uns vor Gericht, du! Aber er hat doch nicht so weit, meine Herr, du! Du, du, du Verleumder, du! Du gemeiner Ehrabschneider! Ohne Verleumder! Ohne Ehrabschneider! So was lässt sich der Polizei ein. Hausdurchsuchung! Diese Sande, nein, diese Sande! So ein anonymen Wischlinge, ich Hausdurchsuchung! Herr Eger, nur beruhigen Sie sich doch endlich. Wir tun ja schließlich auch nur unsere Pflicht. Wenn man schon selber keine ruhige Minute mehr hat, lauter Angst um die Kinder. Na, sehen Sie! Gerade darum muss die Polizei doch hier noch so eine kleine Spur verfolgen. Jeder Mensch auf der Straße kann der Täter sein. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, mein Kind. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Was zieht denn das Sie an, wo das Kind wohnt? Wie? Bitte? Was wollen Sie denn von den Kleinen? Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich muss doch gleich sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich doch los! Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Was ist los hier? Eine Unverschämtheit. Was hören Sie, Herr Brüllen, Affe? Habt ihr mal nicht so! Geh als Kinder ans Watschen! Hau doch hin zu den Schnauzen! Was hat er mir gesagt? Hat er doch noch Kissen hier an! Aber bitte lassen Sie mich doch los! Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen! Hat wohl die Träne was retten wollte, was? Ja, und den Unruhigen wie die anderen, was? Ja, ist das der Mörder! Hey, der Mörder! Halt mich fest! Ruf doch die Polizei! Natürlich wieder kein Schuppe hier! Herr Wachmöchter! Herr Wachmöchter! Herr Wachmöchter! Herr Wachmöchter! Platz machen, meine Herrschaften! Den Eingang frei machen! Mit zehn Tassen Sie festnehmen! Das können Sie, weiter können Sie nicht! Fangen Sie doch lieber den Kindermörder! Was? Der Kindermörder? Kindermörder? Was ist der Kindermörder? Weiter geht! Nicht dem denn! Weiter geht! Weiter geht! Weiter geht! Das ist ein Skandal, sondern gleich! Was glauben Sie, Herr Polizeipräsident, was eine solche Notiz für einen Eindruck auf die Öffentlichkeit machen wird? So etwas ist einfach unverantwortlich! Herr Minister, wir können dem Mörder nicht verbieten, Briefe zu schreiben, an wen er will! Wahrscheinlich empfindet der schwer pathologische Mann eine große Genugtuung dabei, seine Taten in den Zeitungen geschildert zu sehen! Wir haben uns sofort mit der Redaktion in Verbindung gesetzt, wir haben uns sofort mit der Redaktion in Verbindung gesetzt und uns das Original des Briefes aushändigen lassen! Es wird bereits vom Erkennungsdienst bearbeitet! Selbstverständlich ist es beinahe ausgeschlossen, auf einem Blatt Papier, das durch so viel Hände gegangen ist, noch irgendeinen brauchbaren Fingerabdruck festzustellen! Trotzdem wird auch hier nichts unversucht gelassen, um durch eingehendste Vergleiche mit unseren Karteien vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns der Lösung des Problems näher bringt! Anschließend geht der Brief direkt zur graphologischen Begutachtung! Der oben erwähnte Rautenzug oder Schwellzug, Klammer, am deutlichsten in den Worten bald, dritte Zeile von unten, Klammer zu, haben Sie? Ja! Registriert die pathologisch starke Sexualität dieses Triebmenschen! Punkt! Die zerbrochene Schreibart mancher anderer Buchstaben ist in ihrer zeichnerischen Weise ein Ausdruck von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz, ja der Trägheit wählen kann! Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn! Ja, 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 Herr Präsident, gewiss, ich bezweifle durchaus nicht, dass Sie Ihre Pflicht tun, Ihre Beamten auch, gewiss! Aber das Resultat, bitte! Das Resultat! Herr Minister, meine Leute haben in der Woche keine zwölf Stunden Schlaf mehr! Die Mannschaften vom Überfallkommando kommen nie mehr richtig zur Ruhe! Und wenn sie den Dienst antreten, sind sie beinahe noch müder, als wenn sie abgelöst werden! Denn dieser Dienst ist ja nichts als eine nervenfressende Kleinarbeit, die zu 80, ja 90 Prozent, aus Misserfolgen besteht! Die Beamten der Mordkommission kommen nicht mehr aus den Kleidern heraus, leben beständig auf dem Kiviv, ständig in der Hochspannung der Alarmbereitschaft! Sie stehen ununterbrochen auf dem Sprung, jede, aber auch die geringste Spur aufzunehmen, denn möglicherweise kann ja gerade Sie zum Ziele führen! Bedenken, Herr Minister, allein die Arbeit am Tatort, da wird zum Beispiel hinter einem Zaun in einem Gebüsch eine kleine, weiße, zerknüllte Papiertüte gefunden! Anscheinend war sie früher mit billigem Konfekt gefüllt! In der äußersten Ecke finden sich noch winzige Splitterchen von Fruchtbonbons und einige Körnchen von bunten Streuzucker! Wir haben in einem Umkreis von zwei Kilometern, in jeder Konditorei, in jedem kleinsten Kolonialwarengeschäft nach dem Ursprung dieser Tüte geforscht! Umsonst! Mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet! Aber natürlich kann sich niemand nach so langer Zeit an irgendetwas erinnern, das eine verfolgbare Spur ergeben könnte! Trotz aller dieser negativen Resultate sind wir gezwungen, weiter zu forschen, weiter zu eruieren, immer ins Ungewisse hinein, zunächst ohne Aussicht auf einen wirklichen Erfolg, der uns dem Ziele auch nur um einen Schritt näher bringen könnte! Unsere Leute setzen, was nützt mir das alles! Herr Polizeipräsident, dass Sie nicht faulenzen, das weiß ich! Aber damit schaffen wir die Tatsache nicht aus der Welt, dass ein unbekannter Mörder viereinhalb Millionen Menschen terrorisiert! Und dass die Polizei versagt! Herr Minister, scheinen doch nicht die rechte Vorstellung von den ungeheuren Schwierigkeiten zu haben, mit denen die Kriminalpolizei zu kämpfen hat! Ist Ihnen bekannt, dass zum Beispiel über den Heimweg, den das vermisste Kind genommen haben soll, allein 15 gänzlich verschiedene Zeugenaussagen bestehen? Ich werde Ihnen ein x-beliebiges Beispiel herausgreifen! Bitte, Zeugenvernehmung Nummer 1478, Mordsache Beckmann! Sie haben keine Ahnung, mehr wie Sie, Herr! Aber meine Herren, meine Herren, Sie müssen doch wenigstens wissen, welche Farbe die Mütze von dem kleinen Mädchen hatte, das Sie heute Mittag mit dem Unbekannten gesehen haben wollen! Natürlich, Herr Kommissar, die Mütze war rot! Herr Kommissar, die Mütze war grün! Die Mütze war rot! Die Mütze war grün! Rot! Grün! Rot! Grün! Rot! Grün! Rot! Grün! Rot! Grün! Schluss! Schluss! Das hat ja keinen Zweck! Ich danke Ihnen, meine Herren! Bitte! Der Nächste, bitte! Ja! Wenn Sie sich mit einem Farbenblinden einlassen, Herr Kommissar, da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie pleite machen! Die Polizei hat auf der Suche nach dem unbekannten Mörder bisher mehr als 1500 detaillierte Spuren verfolgt. Das gesamte Aktenmaterial! Die Polizei hat있는 Mörder bzw. Vielen Dank.